Die Zimmerei Max Kiener im bayerischen Emmering bei München ist seit über 100 Jahren in der besten Tradition eines echten Familienbetriebs tätig. Von klassischen Zimmereiarbeiten bis hin zum modernen Holzbau sind die Leistungen der Zimmerei vielfältig. Wir sind ein Familienbetrieb aus voller Überzeugung. Meine Mitarbeiter sind auch meine Freunde. Die Bauvorhaben unserer Kunden realisieren wir mit der gleichen Leidenschaft wie unsere eigenen Projekte. Ob Holzhäuser oder Dachstühle, Dachaufstockungen oder Sanierungen, Holzkonstruktionen, die Dämmung von Außenwand und Fassade, Terrassen und Balkone oder der komplette Innenausbau. Seit jeher wird von qualifiziertem Fachpersonal mit heimischen Produkten und Hölzern höchste Qualität hergestellt. Die Zimmerei Max Kiener, der kompetente und flexible Partner für Ihr individuelles Bauvorhaben.